Ey Leute, was geht? Und damit alle herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem atemberaubenden Kanal. Heute geht's los mit Little Nightmares 2 und deswegen nicht lang schnacken, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und ab mit dem Video. Ich war's euch. Was ist denn los mit der? Aber sie macht doch ganz komische Sachen, ne? Ich würde am liebsten nichts mehr mit der zu tun haben, oder? Ah! Häh! Häh! vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-v-vi-vitte was? Äh! Hallo? Ja, moin! Es geht's! Ja, das kannst du laut sagen. Holy shit! Wie kommen wir denn bitte? Wie kommen wir denn bitte? Jetzt weiter. Danke. Da oben müssen wir sehr wahrscheinlich hin. Aber wie kommen wir da jetzt hoch? Weil so weit wir hier sind, kriegt sie uns mit. Ja. Und jetzt schnell weiter. Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr. Wie kommen wir denn da hoch, Leute? Wollen wir es mal tryen mit Rennen? Wir tryen es mal mit Rennen. Soweit wir hier sind. Jetzt hat sie uns gesehen. Sie macht jetzt einen langen Kopf. Nein! Ich muss durch den Kopf verlieren. Okay, ich hätte sie jetzt gedacht, dass ich es schaffe. Ein Try war es wert. Ich muss sie... Ich muss da hoch. Das ist die einzige Stelle, wo ich hochlaufen kann. Können wir vielleicht was schmeißen oder so? Nee, ne? Doch! Oh, sie hat uns gerade gesehen. Boah, spiel mal sehr. Hey! Alles gelernt in meiner... Ja, ganzen Lebenszeit. Hallo! Wie... Wie sollen wir denn da hochkommen? Wie sollen wir denn da durchkommen? Digga, die kann uns doch die ganze Zeit... Die ist direkt in der Mitte des Traumes. Egal, wie wir langlaufen. Weil jetzt geht sie wieder in die Mitte. Jetzt ist sie wieder in der Mitte. Sie hat sich gerade weggedreht. Wieso ist sie denn nicht da geblieben? Nee, kann... Also, ich glaube, hinterher... Ich kann nicht hinterher lang. Ich muss ja oben drüber. Ich muss ja hier hoch. Weil hier oben der Weg halt der einzige Weg ist, wo ich dann am Ende... wo man erht. Nein, oh Mann! Warum machst du das erst so spät, das frage ich mich auch. Die kommt jetzt noch mal zurück und holt das Herz. Oder auch nicht. Warum bewegt sie sich jetzt so rum? Warum nicht eben? Warum jetzt erst? Was ist denn das für eine smarte Frage? Ich häng fest. Ich habe Angst. Nein, sie hat mich wieder gesehen. Ja! Sie hat immer ein anderes Muster, denke ich. Die hat sich auch noch für jeden anderes Muster als eben. Aber wir haben es geschafft, Alter! Wir sind Pros! Okay. Wie geht es jetzt weiter? Da oben. Oh, sie kommt, oder? Ne, doch nicht. Deswegen hat es sie vielleicht beim ersten Mal so lange gebraucht. Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass sie halt irgendwie so ein immer wieder anderes Muster hatte. Huch? Ah, die tun mir immer so leid, dass ich die einfach gedözen muss. Ich wurde auch weggedötzt. Wenn ich irgendwann mal eins, äh, wenn ich irgendwann mal es schaffe, alles in einem, also first try zu machen, dann bin ich reich. Gedodged! Das war so geil! Das war so gut gerade! Du schaffst das bis morgen schon, ja. Ich glaube auch, dass ich das bis morgen durchgeschaut habe. Ah, da ist eine Falle! Ne, die hat nämlich den Faden... Ja, das sei... Das... Den... Das... Das soll... Der soll... Das... Der... Deutsch! Oh, das ist unser Freund! Unser Freund! Unser Freund! Wir haben ihn wieder! Das... Dieser! Okay! Close! Das war richtig close! Der eine Typ, der hat uns beinahe noch geholt, wir wären beinahe noch draufgegangen wieder! Aufpassen! Das wird jetzt wehtun! Es tut mir leid! Au! Doch! Tut mir leid! Hallo! Hey! Hey! Alles okay! Okay... ... Gero, Gero Afro. Oh, der Fred back. Alter, wir haben unseren Freund zurück. Mann, ey. Wie schön. Jetzt können wir wieder abhauen, komm. Alter, ohne unseren Freund hat das keinen Spaß gemacht. Und jetzt sind wir wieder nicht mehr alleine. Geil. Oh! Färschbeiner wieder runtergefallen. Alter, geil. Oh. Ich dachte... Hier. Ich hab irgendwie das Gefühl, wir müssen das fallen lassen. Ah, springen, oder? Wenn er schon da hochgeht, kann es nur springen sein. Ich komme, wir springen. Macht er so unterschiedliche Töne, wenn man woanders drauf springt? Ich glaub, doch, doch, ich glaub schon. Das ist wirklich nice gemacht. Oh, wir haben sogar eine Rufschaft gekriegt. Monotöne. Oh, jetzt hört sich das so kaputt an. Gerne geschehen. Danke. Es tut mir leid. Was ist das da draußen? Komm her, ich brauche deine Hilfe. Ich muss da hoch. Ach so. Nein! Oha! Geil! Alter, so ein netter Kerl, Mann. Das ist so ein geiler Freund, den wir da haben. Verdammt netter Freund. Wir hätten das safe nicht geschafft, wenn er nicht an dem Klavier gespielt hätte. Wir hätten das safe nicht geschafft, wenn er nicht an dem Klavier gespielt hätte. Es tut mir so leid. Aber ich glaub, die wollen auch einfach nur leben. Aber da kann jemand richtig gut Klavier spielen. Ich dachte schon, das hat jetzt aufgehört. Ich will nicht eigentlich, ich muss Musikschule. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist auf jeden Fall, wo wir gerade sind, ist auf jeden Fall eine Schule. Aber was für eine Schule oder was hier überhaupt gemacht wird. Was das für, was das für Viecher sind, die uns attackieren oder so zum Beispiel. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber musikalisch ist die Person auf jeden Fall, die da gerade Klavier spielt. Hört sich sehr geil an. Warum hat die denn jetzt aufgehört? Achso. Unser Freund muss jetzt kurz, kurz warten. Ah, okay. Okay. Oder auch so. Ah. Komm schon. Kann weiter. Komm schon. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020